Als er wieder auf dem Gehsteig stand, lachte er mit breitem Grinsen vor sich hin. Oh, Tod! So nah! Steht hier. Das ist ein Stilmittel von Max Mohr gewesen. Kommt nachher auch? Moment, ich hab's gleich... Aber warten sie ab. Kommt noch mal, dann mach ich's auch wieder. Abends, Quatsch, Musik, Gymnastik. Roter Mohn, in der Liebste mir gab, wächst so weil ich ihn schau. Riesenschreibtisch, alt gekauft, 15 Mark, vier Stühle, ein Instrumententisch. Oh, die blutvolle Pracht, warst du noch gestern erglüht. Aber schon über Nacht ist deine Schönheit verblüht. Roter Mohn, warum wächst du denn schon? Wie mein Herz soll zu blühen und feurig lohnen. Allein mit tausend Büchern. Es war Frühling, da gingen wir beide Durch die Felder mit grauem Gesicht Gebauten Kaufmann als dem Berufsmusiker. Aber so oder so, wir machen wahnsinnig. Aber nun ist er doch schon gekommen Und wie schneller hat's ich gedacht Nun ist alles so Wie mein Herz soll zu blühen und feurig lohnen. Wie mein Herz soll zu blühen und feurig lohnen. Läde 1 1 1 2 2 2 3 2 3 3 5 8 9 9 9 9 10 10 10 11 16 Das ist übrigens Peter Schäfer und der spielt seine eigene Musik.